Mein Opa, nachdem er aus Versehen meine Haschbraunis gegessen hat. Der Bruder da ist bestimmt heimlich krankgeschrieben. Stell dir vor, du bringst den Müll raus und dann passiert das. Indisches Kämmer, wenn sie einen normalen Akzent hätten. Er versucht damit, sein Chef zu verarschen, dass er im Stau steht. Mein Bruder woke up late for work, so he told his manager that he was stuck in traffic. 5 Minuten später, his manager endet up calling him to double-check. An diesen Luciano-Song kann ich mich gar nicht erinnern. Meine Mutter 0,3 Sekunden, nachdem sie gesagt hat, ich soll sie zurückrufen. Wie sie am Ende so tut, als würde sie arbeiten. That's it from me. I hope you have a lovely afternoon, whatever you're up to. Goodbye. Elon Musk hat wirklich den ganzen Emotio-Player gekauft. Throw the arms in the air again. Throw the arms in the air. Elon, fight 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 in the air. What's the bus here? What's the left? Elon, turn your head. Turn your head, Elon. To your left, to your left. Elon, do your left. Elon, do your left. Elon, turn your head. To your left. Elon, it's me. The water pack on Instagram vs. in real life. Der Unterschied. Vor und nach dem Kampf ist andere Welt. Wenn der Lehrer dich fast beim Spicken erwischt und du dann einfach diesen Move machst. Meine Tante denkt, sie ist der neue Houdini. Die Maus bekommt gerade heftigste Psychosen. Der Süchtige muss sogar am Flughafen reinscheißen. Ja, bla bla bla. Halt die Fresse, du blöde Schülter. Ja, halt die Klappe. Geh füßen, du blöde Schülter. Ja, ich rüber geschlafen, Mann. Aber nee, jetzt will ich gar keine Füße. Halt die Klappe. Weil du da fischst du. Halt die Klappe, geh rüber, Alter. Halt rau, du fischst du. Halt's Maul. Geh du dich lieber duschen, Alter. Ja, geh du dich lieber frisieren, Alter. Machst du die Tür kaputt, bezahlst du dir auch. Ja, Alter, ich wollte das leben nicht, Alter. Du Assi, Alter. Halt die Klappe, geh schlafen. Halt's mal, du Lusse. Geh schlafen, Junge. Geh schlafen, Alter, dein Schnabel. Halt's mal, du blöde F***e. Geh schlafen. Ski in Fabriken, sobald ein Baby das erste Mal reden kann. Der Kleine dachte, sein Idol ruft ihn an. Der Postbote hatte einfach Angst, in der Hoods zu sein. Der erste, der den türkischen Eisverkäufer schlagen konnte. Er tut so, als wäre er Friseur, obwohl er keiner ist. Der Kleine über hier, was ihr name, bruh? Timothy. I gotchu. That's not real. And we upgraded to a chair. I'm about to get my boy right. I haven't seen it, it is. Man, this s*** is nappy, bruh. I don't cut so hard. Stop, move. Oh my God. All right, man, this is the finished result. Get my boy Tim looking good. Look out for me, man. Look out. How you look? How you feel, bruh? I guess I feel all right. All right, eh. Check it out. Man, stop playing. I don't want no s*** like that. You better cut that s*** off. Bro, this is the best haircut you ever got. I don't want my s*** off. Bro, what's wrong with it? I ain't on that. What's wrong with it? Niemand. Rote Ampeln in New York. Das ist die Map von allen Zockern, die gerade online sind. Wenn du ein geiles Selfie gemacht hast, aber Internet in deinem Land verboten ist. Aber was versucht der Schiedsrichter jetzt da? Wenn man einen wichtigen Termin verschlafen hat. Ich weiß nicht, ob das so funktionieren soll. Diese ganze Dönerpolitik geht jetzt einen Schritt zu weit. Digger, ihr Opfer in Deutschland müsst 8 Euro für Döner bezahlen. Hier in the United States of America kostet ein Cheeseburger 2 Dollar. Aber dafür ist hier jeder Fat geworden in meinem Land. Ja, ja, ja. Sie haben wirklich gedacht, ich mach Döner wieder 3 Euro? Wer soll mich bitte zwingen? Bye bye! Die Musik ballert anders krass auf diesen guten Lautsprechern. Feiglinge, verreiter Versager! Er hört wirklich ganz genau zu. Wie geht's? Ich bin für... Wie ich nach dem Clubbesuch im McDonalds stehe. Wieso ist die zweite Katze so schuss? Wieso ist die zweite Katze so schuss? Wieso macht Kim Jong-un einfach wie Sports in Real Life? Welches krankeschwein gönnt sich das zum Abendessen? Er hat gesagt, dass Star Wars langweilig ist. Die Jungs wünschten sich, sie hätten eine Zeitmaschine. Das war's. Eine Baskette. Eine Baskette? Ich bin jetzt, wir gehen. Ich zeige dir, was das ist. Was ist das, was du denkst? Du bist du in der Tatort? Ja. Ja. Danke, dass du mir in die Zukunft gezwert. Ich bin mir, warum man mich jetzt? Eine Baskette? Eine Baskette? Ja. Du bist bereit? Ja, wir gehen. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Da war's. Da, die Baskette. Da, die Baskette. Da, die Baskette. Da, die Baskette. Und dann zum überhaupt, den Löwen. Da, die Baskette. Ich habe ihre Re sovereign. Ich habe ihre Reensions. Ich habe ihre Re exhortiert. Ich habe Am quir ist. five hands Nevada. Wir sehen dich, auf dieência сторen. Mit dieser wurde